Dieser Roboterbausatz Tibo mit 150 Teilen lässt das Tüftlerherz höher schlagen. Der Roboter arbeitet nämlich mit Lichtsensoren und Infrarotlicht und ermöglicht somit verschiedene Experimente. Tibo ist dabei für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene bestens geeignet. Wenn er einmal zusammengebaut ist, kann er auch mit anderen Tibo-Robotern kommunizieren. Die Montage ist in der beiliegenden Anleitung Schritt für Schritt erklärt und auch knifflige Vorgänge wie das Löten werden beschrieben. Tibo kann Linien folgen und er ist steuerbar mit Licht, beispielsweise einer Taschenlampe. In der Anleitung gibt es die grundlegenden Experimente, aber auch Anregungen für eigene. Der Bausatz wird ab 14 Jahren empfohlen.